Herzlich willkommen am Freitag bei der hessenschau. Es ist ein Tag, an dem nicht nur viele das Wochenende einläuten. Es ist der Tag, an dem klar wird, dass dieser Hesse Rudi Völler neuer DFB-Sportdirektor wird. Der Teamchef von einst will die Nationalmannschaft wieder näher an die Fans rücken. Ex-Oberstaatsanwalt gesteht, dass er Bestechungsgelder angenommen hat. Ein Vorzeigeermittler spricht Klartext vor Gericht. Auch CDU-Politiker tragen mit Verantwortung am Mord von Walter Lübcke. Das ist ein Vorwurf, den kürzlich erst die Landes-SPD unterschwellig erhoben hat. Das Ganze spielt auch eine Rolle im Kontrollgremium des Hessischen Landtags, dem sogenannten Untersuchungsausschuss. Da war heute Ministerpräsident Boris Rhein geladen. Er musste sich Fragen beantworten. Den Zeugenstand im Landtag kennt er bereits. Vor fünf Jahren musste Boris Rhein schon einmal in einem Untersuchungsausschuss aussagen. Damals zum NSU, heute zum Mord an Walter Lübcke. Die entscheidende Frage, hätte die Tat verhindert werden können? Rhein ist sicher. Als jemand, der 1999 mit Walter Lübcke in den Hessischen Landtag eingezogen ist und es hat sich dann eine freundschaftliche und enge Beziehung entwickelt, muss ich heute bei allem, was ich sehe, bei allem, was ich feststelle, mich der Tatsache stellen, dass dieser furchtbare Mord wahrscheinlich nicht zu verhindern gewesen wäre. Was hat der jetzige Ministerpräsident mit dem Mord an seinem Parteifreund 2019 zu tun? Es geht zurück in die Jahre 2009 bis 2014 in Rheins Zeit im Innenministerium. Erst als Staatssekretär, dann als Innenminister. In diese Zeit fällt die Enttarnung der Terrorgruppe NSU. Das Trio aus Thüringen ermordet zehn Menschen, darunter Halit Josgat in dessen Internetcafé in Kassel und hat mutmaßlich Kontakt zu Rechtsextremen in Hessen. Da stellen wir uns auch schon die Frage, hat man die rechte Szene, insbesondere in Nordhessen, in den Jahren nach Aufdeckung NSU nicht genügend unter den Schirm und in den Fokus genommen? Die zentrale Frage, warum konnte der Mörder von Herrn Dr. Lübcke ernst, jahrelang unerkannt in der rechten Szene weiter agieren, in den sozialen Netzwerken, auf Demos, die Frage bleibt unbeantwortet. Für die Beobachtung verantwortlich ist der hessische Verfassungsschutz. Der gerät bei der Aufarbeitung des NSU in die Kritik. Innenminister Boris Rhein handelt schnell und verpasst der Behörde 2012 eine Reform. Deswegen haben wir in diesen Jahren danach den Verfassungsschutz wirklich zu einem Instrument des Rechtsstaates ausgebaut. Wir haben intensiv auch personell aufgestockt und ich habe dann noch in meiner Amtszeit eine Neuausrichtung des Verfassungsschutzes entsprechend auf den Weg gebracht. Trotzdem und obwohl der Neonazi Stefan Ernst dem Verfassungsschutz bekannt ist, kann er Walter Lübcke ermorden. Für viele ein weiterer Beweis, dass die Behörde beim Rechtsextremismus immer wieder versagt. Schlampiges Arbeiten belegen auch die sogenannten NSU-Akten. Ein interner Prüfbericht des Jahres 2012, der erst vergangenen Herbst durch Journalisten öffentlich wird. Boris Rhein hatte natürlich die Verantwortung für die Führung des Landesamtes für Verfassungsschutzes. Wir wissen heute aus dem Abschlussbericht, wie desaströs dort gearbeitet worden ist, dass Schriftstücke nicht auffindbar waren, dass sie nicht richtig zugeordnet wurden, dass Quellenberichte nicht verschlagwortet wurden. Das ist die politische Verantwortung, die der heutige Ministerpräsident trägt. Eine persönliche Schuld, da sind sich alle einig, habe Boris Rhein aber auf keinen Fall. Ja, da wollen wir doch nochmal nachfragen in dieser Sache bei unserer Korrespondentin Ute Weltstein im Studio Wiesbaden. Hallo Ute erstmal. Hallo Kristin. Ein Untersuchungsausschuss dient ja immer dazu, der Opposition, der Regierung eben Fehler nachzuweisen. Das hört sich jetzt für mich erstmal nicht so an, als ob man Boris Rhein hier ins Schwitzen gebracht hätte. Nein, das war auch mein Eindruck, dass er das heute ziemlich unbeschadet überstanden hat. Es war klar, in seiner Zeit im Innenministerium als Staatssekretär oder als Minister war der hessische Verfassungsschutz nicht in bester Verfassung. Aber die Opposition konnte ihn heute nicht so in die Enge treiben, dass das jetzt alles auf ihn zurückgefallen wäre. Sondern er hat im Gegenteil gesagt, er hat es erkannt, er hat Reformen angestoßen, er habe Personal aufgestockt. Und vor allem hob er hervor, dass er ein Löschmoratorium für Akten erlassen hat. Also dafür gesorgt hat, dass bestimmte Akten nicht unwiederbringlich gelöscht werden konnten und damit verloren waren. Und so sagte er dann selbst und lobte sich dafür. Das habe dazu geführt, dass nach dem Mord an Walter Lübcke sehr schnell der Täter gefasst werden konnte und innerhalb von zwei Wochen klar war, wer den Mord verübt hatte. Ja, Politiker loben sich ja mal gerne, das kennen wir ja. Ist denn dieses Eigenlob dann auch gerechtfertigt, Ute? Ja, das Löschmoratorium hat schon dazu geführt, dass sehr viele Erkenntnisse über den Rechtsextremismus erhalten geblieben sind und später ausgewertet werden konnten. Aber es war keine hessische Spezialität, das haben andere Länder auch so gemacht. Was gut war, war, dass Rhein in Auftrag gegeben hat, nachdem der NSU aufgeflogen war, mal zu untersuchen, was der Verfassungsschutz eigentlich über die hessischen Verhältnisse in Sachen Rechtsextremismus wusste und wo es Versäumnisse gab. Dieser Bericht wurde allerdings erst nach seiner Amtszeit fertig. Deshalb ist für mich die interessante Frage, welche Schlüsse hat sein Nachfolger Peter Beuth als Innenminister daraus gezogen und hat man dann da die richtigen Maßnahmen ergriffen? Und eine weitere Frage, die ich interessant finde, warum war der Verfassungsschutz in Hessen eigentlich so schlechter Verfassung? Die stellt man bestimmt seinem Vorgänger als Innenminister Volker Bouffier, der ja auch schon einige Jahre regiert hatte als Innenminister in Hessen. Und die beiden, Beuth und Bouffier, die sind demnächst als Zeugen im Ausschuss. Es gab ja viel Aufregung um einen Tweet der SPD auf Twitter. Die hatte den Mord an Lübcke in Zusammenhang gebracht mit schwerem innenpolitischen Versagen von CDU-Politikern. Wurde der heute auch noch mal diskutiert? Ja, also am Rande gab es die eine oder andere Zwischenbemerkung. Denn die CDU ist immer noch sehr empört über diesen Tweet, weil sie sagt, er unterstelle ihr ja, dass ihre Politiker schuld an der Ermordung Lübckes seien oder eine Mitschuld trügen. Und das empört sie natürlich. Aber man kann über den Stil dieses Tweets natürlich unterschiedlicher Meinungen sein. Da mag sich jeder selbst sein Urteil bilden. Aber er stellt natürlich schon die Kernfrage, die auch dieser Ausschuss stellt. Nämlich, wenn die hessischen Sicherheitsbehörden anders gearbeitet hätten, wäre dann die rechtsextreme Szene in Hessen besser durchleuchtet gewesen und hätte man diesen Mord verhindern können. Ministerpräsident Rhein hat es heute sehr deutlich klar für sich beantwortet. Nein, man hätte den Mord nicht verhindern können. Aber ich kann mir vorstellen, dass einige in diesem Ausschuss nach Anhörung aller Zeugen und Auswertung aller Akten möglicherweise zu einem anderen Ergebnis kommen können. Dankeschön, Ute, für die Einordnung. Bei uns geht es jetzt mit einem ganz anderen Thema weiter. Die Geflügelpest geht weiter um. Neuigkeiten dazu hast du, Claudia. Bei einer Graugans in der Fulda-Aue in Kassel ist die hoch ansteckende Geflügelpest festgestellt worden. Das bedeutet, rund um die Fulda-Aue muss das Federvee im Stall bleiben. Die Stallpflicht gilt ab morgen. Geflügel aus dieser Zone darf außerdem nicht zu Geflügelschauern gebracht werden. In den Herbst- und Wintermonaten steigt das Risiko deutlich an, wenn Zugvögel an Rast- und Sammelplätzen zusammenkommen. Ja, und plötzlich ging es dann doch erstaunlich schnell und ohne Verletzte. Die Räumung im Fechenheimer Wald ist abgeschlossen. Jetzt können alle vorgesehenen Bäume gefällt werden. Fast die Hälfte der Bäume ist am Mittag schon für das Tunnelprojekt weg. Während abgeholzt wird, geht die Räumung weiter. In den drei verbliebenen Baumhäusern sind am Morgen noch sieben Aktivisten von Anfangs 22. Die Stimmung auf beiden Seiten friedlich. Wir sprechen mit einem Aktivisten, der die kalte Nacht noch im Baum verbracht hat. Ich persönlich hatte nie vor, mich räumen zu lassen. Wenn ich jedenfalls fliege, dann packe ich meine Sachen ein, und komme runter. Spricht's und seit sich Minuten später freiwillig ab. Die Polizei nimmt ihn mit. Ihre Kletterspezialisten gehen beherzt vor, bleiben aber vorsichtig. Jeder der sieben wird mitgenommen, ohne Widerstand. Ich bin bisher sehr zufrieden. Unser Anspruch war es, dass keiner verletzt wird, weder auf Seiten der Aktivisten noch auf Seiten der Polizei. Das haben wir bis jetzt gut hinbekommen. Das betrifft beide Seiten. Es tut uns gut, dass das so bis jetzt klappt. Samstagabend werden die Rodungsarbeiten fertig sein. Warum es so schnell geht? Auch wegen solcher Maschinen, die selbst dickste Bäume sofort in Holzschnipsel verwandeln. Gähnende Leere im Briefkasten. Keine Päckchen, keine Briefe. Viele Postzustellende streiken für mehr Lohn. Die Gewerkschaft fordert 15 Prozent. Laut Verdi sind rund 80 Prozent der Beschäftigten in den untersten Entgeltgruppen eingestuft, mit einem Bruttogehalt von rund 2.100 Euro. Aber die wenigsten hätten Vollzeitverträge. Die geforderten 15 Prozent seien notwendig, weil die Angestellten mit ihren niedrigen Gehältern extrem von der Teuerungsrate bei Lebensmitteln betroffen seien. Wegen der hohen Streitbeteiligung wurde der Arbeitskampf bis Samstag nach 0 Uhr ausgeweitet. Ja, ich habe Bestechungsgelder angenommen. Das sagt der ehemalige Oberstaatsanwalt, der mal der Ermittler in Sachen Ärztekorruption war. Nun steht er selbst vor Gericht als Angeklagter. Seine eigenen ehemaligen Kollegen von der Staatsanwaltschaft ermitteln gegen ihn der Vorwurf. Bestechlichkeit in über 100 Fällen, Steuerhinterziehung, Untreue. Es ist wirklich ein aufsehenerregender Prozess. Prozess Tag 2 heute mit diesem Auftritt. Freundliches Gesicht, höfliche Begrüßung seines Verteidigers. Alexander B. wirkt fast gelöst, als er heute den Gerichtssaal betritt. Doch bald stockt ihm die Stimme. Es scheint, als will er mit seinem 18-seitigen Geständnis reinen Tisch machen. Ein suspendierter Oberstaatsanwalt, der Korruption im Gesundheitswesen bekämpfen sollte, sagt, dass er selbst korrupt war. Wir haben auch in seiner Einlassung gehört, dass er sich fast bei der Staatsanwaltschaft bedankt hat, dass diese ganze Einrichtung endlich mal ein Ende hat. Es wurde nachher zu einem Selbstläufer. Und so blöd es sich anhört, manchmal ist es schwer aufzuhören. Und er hat sich auch in all der Zeit nicht richtig gut gefühlt damit. Er wusste, dass es bemakeltes Geld ist, dass man das eigentlich nicht darf. Das Gewissen hat ihn schon gekratzt. 2006 gründet Alexander B. ein Unternehmen, das Gerichtsgutachten erstellt. Als Oberstaatsanwalt soll er seiner Firma immer wieder Aufträge zugespielt, Rechnungen falsch abgezeichnet und Schmiergelder kassiert haben. Der Angeklagte sagt heute, die Geldprobleme seiner Lebensgefährtin hätten ihn angetrieben. Die Aufarbeitung des groß angelegten mutmaßlichen Betrugs beschäftigt auch den Landtag. Mich interessiert als rechtspolitische Sprecherin, was das System, das versagt hat. Wie kann man das in Zukunft verhindern? Das ist ja der Anspruch, damit vor allem das Vertrauen in die Justiz wiederhergestellt werden kann. Denn darüber reden wir hier, dass viele Verfahrensbeteiligte das Annehmen der Justiz hier Schaden erlitten hat. Alexander B. war auch Pressesprecher seiner Behörde. Die Richter und viele der anwesenden Journalisten kennen ihn persönlich. In seinem Geständnis geht er weit in seine Kindheit zurück. Er spricht unter anderem von seinem alkoholkranken Vater, der ihn missbraucht habe. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er so sehr uns einen Blick auf sich und in sich gewährt. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben es hier mit einem Juristen zu tun, mit einem suspendierten Strafverfolger, der natürlich weiß, wie Justiz funktioniert. Wie viel Reue steckt in seinem Geständnis? Diese Einschätzung seiner Richter wird auch über das Strafmaß entscheiden. Ein Satz kam Alexander B. heute nicht über die Lippen, dass ihm seine Taten leid tun. Das kann doch nur ein Werbefoto sein, denken sich viele. Wenn Sie diesen entspannten Sicherheitscheck am Frankfurter Flughafen sehen, haben ja ganz andere Erfahrungen gemacht in den letzten Monaten. Ja, die Fraport, die will jetzt diese Sicherheitschecks selbst übernehmen. Vorher hat das die Bundespolizei gemacht. Es soll alles viel schneller gehen. Endlich. Solche Bilder wie in den vergangenen Sommerferien soll es in Zukunft nicht mehr geben. Lange Schlangen, ewige Wartezeiten. Und damit das nicht mehr passiert, hat die Fraport AG an den Sicherheitskontrollen nachgerüstet. Sie setzt auf neue Technologien. Sieben CT-Scanner sollen die Kontrolle für das Handgepäck einfacher machen. Sie können dann auf den PCs vorhin mehrere Bilder gleichzeitig in verschiedenen vertikalen, horizontalen Ansichten, überlappenden Ansichten etc. nehmen und haben damit auch mehr Sicherheit. Und das ist ja das Entscheidende. Der Arbeitsplatz wird besser für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit mehr Sicherheit gleichzeitig gekoppelt und höherem Komfort für die Passagiere. Also ein Win-Win, wie man so schön sagt. Mehr Sicherheit und Komfort sind gut, aber was ist mit Schnelligkeit? Mit rund 80 Passagieren pro Stunde liegt der Frankfurter Flughafen weit hinter anderen internationalen Flughäfen zurück. Hier besteht jetzt die Möglichkeit von zwei Seiten. Insgesamt vier Passagiere gleichzeitig können sich auf die Sicherheitskontrolle vorbereiten. Dann führen wir gemeinsam auf dieses Gerät und trennen hinterher wieder, dass der Gast sein Gepäck zurückbekommt. Das ist ein entscheidender Vorteil, weil er in Summe natürlich wesentlich mehr Durchsatz bringt, als wir das früher von den klassischen Röntgenspuren kennen. Und das Beste? Alles kommt in nur noch eine Wanne, ohne Vorbereitung auf die Kontrolle. Christine Heinisch gehört zum Testpersonal. Es ist eine wahnsinnige Erleichterung für mich, keine Laptops, keine Flüssigkeiten mehr auspacken zu müssen. Ich bin schneller durch den Prozess. Ich muss mir vorher keine Gedanken beim Packen machen. Also es ist eine riesen Erleichterung. Die Fraport AG hat die Kontrolle des Handgepäcks von der Bundespolizei übernommen. So soll die Sicherheit für die Passagiere größer werden. Wir ziehen hier kein Personal ab. Deswegen ist es ja auch ein Gewinn in Sicherheit, weil die Bundespolizeibeamtinnen und Beamten sich ihren eigentlichen Aufgaben mehr widmen können. Deswegen ist es ein großer Gewinn. In rund vier bis acht Wochen endet die Testphase. Der sieben CT-Scanner und die neuen Kontrollspuren gehen an den Start. Auch für die Lufthansa eine gute Nachricht. Das Chaos vom Sommer 2022 ist noch nicht vergessen. Dass sich der Sommer 2022 nicht wiederholen darf, das schulden wir gemeinsam unseren Kunden hier in Frankfurt. Und daran arbeiten Hunderte, Tausende von Mitarbeitern der Lufthansa und der Fraport, damit sich das nicht wiederholt. Doch wer sich jetzt schon auf kürzere Wartezeiten freut, der könnte sich tatsächlich zu früh freuen. Am Frankfurter Flughafen gibt es insgesamt 170 Sicherheitskontrollen. Da sind die sieben Neuen erst mal nur ein Anfang. Na, immerhin. Hessen will also schneller werden beim Sicherheitscheck am Flughafen und nachhaltiger werden. Und deswegen präsentiert sich jetzt Hessen in Berlin. Mehr dazu von dir, Claudia. Nach zweijähriger Corona-Pause findet seit heute in der Messe Berlin wieder die Internationale Grüne Woche statt. Getreu dem Motto 500 Quadratmeter Hessen in Berlin präsentieren hiesige Landwirtschaftsbetriebe und Lebensmittelversorger sich selbst und ihre Produkte. Besucher können sich zudem über zwei hessische Ökosiegel sowie über Landschaftspflege und Ökolandbau informieren. Und natürlich Essen und Trinken. Neben Appleboy und traditionellen Wurstspezialitäten wird erstmals auch hessische Quinoa angeboten. Nordhessische Unternehmerinnen haben einen Aufruf zur Jackenspende für Bedürftige gestartet. Die Charity-Maßnahme wendet sich nicht nur an Obdachlose, sondern an alle Menschen, die aufgrund ihrer Lebenssituation Hilfe brauchen. Übriggebliebene Kleidung geht nach Ende des Projekts in die Kleiderkammern der sozialen Einrichtungen. Mit der Aktion wollen die Unternehmen zu einem hilfsbereiten und solidarischen Kassel beitragen und auf das Problem Armut vor unserer Haustür hinweisen. Das Finanzamt Frankfurt am Main hat dem Deutschen Fußballbund die Gemeinnützigkeit für die Jahre 2014 und 2015 entzogen. Dem DFB droht damit eine Steuernachzahlung in zweistelliger Millionenhöhe. Den erwarteten Schritt der Behörde teilte der Verband selbst mit. Die Finanzbehörden werfen dem DFB Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Einnahmen aus der Bandenwerbung vor. So, das war es vom unangenehmen Teil. Es gibt auch sehr Erfreuliches vom DFB, Christine. Ja, ganz genau so ist es, Claudia. Und das Erfreuliche, das betrifft vor allem ein Hessen in entscheidender Funktion. Ein Rudi Völler! Es gibt nur ein Rudi Völler! Ein Rudi Völler! Ja, so wurde der Hanauer Bub vor mehr als 20 Jahren von den Fans gefeiert für die Vize-Weltmeisterschaft dabei. Teamchef heute ist als Sportdirektor präsentiert worden. Und er steht vor allem für Bodenständigkeit. Das kann ja nur gut tun. Ein Rudi Völler! Das gibt nur ein Rudi Völler! Ja, danke schön. Ein Rudi Völler! Das gibt nur einen! Ja, es gibt wirklich nur einen. Und deshalb ist auch seine Unterschrift einzigartig. Diese hier ist über 20 Jahre alt. Damals wurde Rudi Völler Ehrenbürger seiner Heimatstadt Hanau. Und jetzt hat er wieder unterschrieben beim DFB in Frankfurt. Natürlich bin ich grundsätzlich ein Kind des Rhein-Main-Gebietes hier. Ich komme ja aus Hanau, aber offenbar gespielt, auch in Frankfurt. Teilweise mit groß geworden. Also ich kenne mich natürlich hier sehr gut aus und werde dann natürlich auch in diesen 1,5 Jahren. Das ist für mich auch selbstverständlich hier im Büro haben. Damit rückt Rudi Völler auch wieder ganz dicht ran an den Ort, an dem alles begann. Den Fußballplatz des TSV 1860 Hanau. Und Willi Los war einer seiner Jugendtrainer. Wir treffen ihn ausgerechnet in der Gaststätte Hanauer Bub. Denn damit ist ganz klar der Rudi gemeint. Die Freude ist groß. Klar, wieder in Hanauer Bub. Auch selbst, denn ich habe persönliche Kenner. Das macht schon irgendwie Freude. Das hat mich schon bewegt. Ja, die Sache mit den Unterschriften. In der A-Jugend heuerte Rudi Völler bei den Offenbacher Kickers an. Durfte selbst aber gar nicht unterschreiben, weil er erst 16 war. Dann habe ich dann zu denen gesagt, kann ich als Mutter auch unterschreiben. Dann habe ich gesagt, selbstverständlich. Dann habe ich unterschrieben. Aber ich frage sie nicht. Mein Mann war vier Wochen in Urlaub, nachdem er vier Wochen wieder kam, bis er schon das beigebracht hat. Denn der Vater wollte nicht, dass der Hanauer Bub ausgerechnet bei den Offenbacher Kickers auf Torejagd geht. Gleich fünf Erbwehrspiele lässt Rudi Völler leerlaufen und schießt überlegt ein. Rudi Völler traf und traf und traf auch diese junge Friseurin. Durch Zufall auf einer Silvesterparty. Danach war er jahrzehntelang Kunde von Martina Acht. Die Frisur bestimmte aber er. Ich habe so oft mit ihm darüber gesprochen. Er hat immer gesagt, Martina, mach doch einfach, was ich mir wünsche. Beim Bund musste ich kurze Haare haben. Als Kind musste ich kurze Haare haben. Danach habe ich die Flügel gestreckt. Und er hat auch keine Dauerwelle. Er hat Naturlocken. Die Naturlocken wurden berühmt durch den WM-Sieg 1990. Beim Vize-Weltmeistertitel 2002 war Völler Teamchef und jetzt Sportdirektor. Er kann auch um den Tisch schauen. Ich denke, dass er das gut macht, dass wir 2024 mal wieder ganz vorne mit dabei sind. Denn ein EM-Titel fehlt noch in der Sammlung des Einzigartigen. Es gibt nur eine Eintracht, nämlich die am Main. Ab morgen rollt da auch der Ball wieder. Die Frankfurter Eintracht, die trifft auf Schalke 04. Fühlt sich die Rückrunde an, ist es aber noch nicht ganz. Es sind noch zwei Spiele der Hinrunde. Musste ja ein bisschen früher unterbrochen werden wegen der WM in Katar. Aber jetzt mal zu was Erfreulichen. Die Vorfreude ist natürlich riesengroß, aber auch die Erwartungen. Die Eintracht und ihre Fans. Hier ist der Europa-League-Sieger 2022. Seit Monaten voller Euphorie. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass es wieder losgeht. Ich freue mich und hoffe natürlich, dass wir viele Spiele gewinnen werden. Das Wechselspiel von Erfolg und Begeisterung. Ich kann es auch kaum abwarten, bis es losgeht. Ich freue mich. Vorfreude auf 2023. Ich glaube schon, dieses Jahr ist wieder die Champions League drin. Die Mannschaft nach zwei Monaten Pause und zehn Tagen Trainingslager gut erholt und top vorbereitet. Ich erwarte und wünsche mir von den Spielern, dass sie immer an ihre Leistungsgrenze gehen. Dass sie immer den Fußball, den wir spielen möchten, bestmöglich einen Platz bekommen. Völlig unabhängig von der Ausgangssituation. Und wenn uns das gelingt, dann werden wir eine erfolgreiche Saison spielen. Vorläufiges Saison-Highlight im Februar und März. Das Champions-League-Achtelfinale gegen Neapel. Gegen Neapel wird es schwer, aber ich glaube, wir werden weiterkommen. Vor allem mit den Fans und das wird ein super Spiel. Ich denke schon, dass die weiterkommen. Da muss man mal gucken, wer der nächste Gegner wird. Es wird sehr schwer sein, aber ich hoffe, die gewinnen. Ich denke auf jeden Fall, dass man es auf jeden Fall noch hinkriegt. Glücklich, wer eine Karte fürs Auswärtsspiel bekommt. Der Napoli. Klub von Fußball-Legende Maradona. Aktuell Spitzenreiter der italienischen Liga. So viel Fußball-Begeisterung gibt es sonst nirgends. Außer in Frankfurt. Einfach kann jeder. Wir sind natürlich jetzt gefordert Champions League. Und da sind wir schon im Viertelfinale. Und dann ist alles möglich. Da gehört schon viel Fantasie mit dazu. Aber das wäre natürlich mein Herzenswunsch, nach der Europa League im letzten Jahr die Champions League zu gewinnen. Und nach der langen Fußballpause? Alle noch textsicher? Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen. Eintracht vom Main, weil wir dich alle lieben. Schieß noch ein Tor dem Gegner in den Kasten rein. Jeder wird sagen, ohne zu fragen, in dieser schönen Stadt am Main. Eintracht aus Frankfurt. Du schaffst es wieder, Deutscher Meister zu sein. Liebe Eintracht, ich bin 363 Tage Fan von dir. Aber ich finde morgen, da reicht auch ein Unentschieden. Na ja, sei dir verziehen, lieber Andreas. Die Eintracht-Fans, die haben ja ein großes Herz. Und wie sagt man schön, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Sorry, Leute, ich muss mal muten. Der Arzt faselt hier irgendwas von Burn-out-Gefahr. So ein Cartoon ist zum Beispiel eingereicht worden für den deutschen Cartoon-Preis. Der wird heute verliehen in Kassel, heute Abend später nach der hessenschau und live vor Ort ist Till Möller. Till, das sind ja ernste Themen, die oft in diesen Cartoons angesprochen werden. Aber schmunzeln muss man dann doch irgendwie, gerade bei solchen Themen. Immer. Man sagt ja, Lachen ist gesund. Und wenn es danach geht, dann bin ich im Moment fit wie ein Totschuh. Ich habe mir heute schon ein paar Cartoons ansehen können. Und da sind wirklich einige Preisverdächtige dabei. Wir schauen mal ganz kurz rein in die Preisverleihung. Im Moment geht es noch mit dem Begrüßungszeremoniell voran. Man kann sagen, dass sich die deutsche Humorelite hier in Kassel versammelt hat für den Cartoon-Preis. Ja, es geht um Cartoons, ein einfaches Prinzip, ein Bild, ein Witz. Und damit Sie sich jetzt mal einen genaueren Eindruck verschaffen können, um was es hier heute Abend geht, haben wir mal was vorbereitet. Stalin und Hitler schmoren in der Hölle, warten auf Putin. Russlands Angriff und die Folgen. Der Gaspreis ist so hoch, dass es günstiger ist, das Geld direkt zu verbrennen. Vieles hat die Cartoonisten im vergangenen Jahr beschäftigt. Dauerbrenner, Klima zum Beispiel. Und dann kommt auch noch die Queen in den Himmel. In Kassel gibt es eine Vorauswahl. Über 250 Cartoons sind in der Karikatura ausgestellt. Jetzt gilt es, die besten drei samt Künstlern auszuzeichnen. Ja, und den Mann, den Sie da eben gerade schon am digitalen Zeichenbrett gesehen haben, das ist Michael Holschulte. Sie sind Cartoonist, das ist Ihr Traumberuf. War denn 2022 so ein Krisenjahr, Krieg in Europa. Hat der Job da noch Spaß gemacht? Fiel es da leicht, Witze zu machen? Also das Jahr war eine Katastrophe, muss man ganz ehrlich sagen. Von Corona in diesen Angriffskrieg reingeschlittert. Dann die Auswirkungen der Klimakrise werden so bewusst. Und halt auch die ganzen Kosten, die steigen. Sodass dann halt auch jedem persönlich irgendwie bekannt wird. Und ja, das war natürlich ein richtig beschissenes Jahr, um das jetzt mal so auszudrücken. Und also direkt mit dem Angriffskrieg war natürlich auch jetzt bei mir persönlich, fühlte sich so ein bisschen paralysiert und dachte sich, kann man jetzt überhaupt noch Witze machen? Aber letztendlich, es hilft auch keinem, wenn es nichts weiter zu lachen gibt. Und machen wir alle unseren Job hier. Richtig. Es gibt ja auch schöne Themen. Dein Favorit ist der hier. Wir zeigen ihn mal. Lies mal kurz vor. Ja, ich bin natürlich voreingenommen, weil das ein Kumpel von mir ist, der Olli. Lies mal vor. Chef Martin ist jetzt ganz offiziell Martina. Und der Chef? Oh, da muss ich ja das Gehalt kürzen. Ja, besser kann man, glaube ich, den Gender Pay Gap nicht auf den Punkt bringen. Dann schauen wir mal, wer gewinnt heute Abend. Wenn Sie sich jetzt denken, ja, die Cartoons möchte ich auch noch mal ganz gerne sehen, dann können Sie das noch machen. In der Caricatura in Kassel noch bis zum 5. Februar. Und die Sieger heute Abend, die werden wir Ihnen natürlich morgen in der hessenschau nachreichen. Ja, ganz genau, so machen wir das, Till. Und wenn wir die Info schon ein bisschen früher haben, dann natürlich heute Abend in unserer hessenschau. Die kommt nämlich noch mal heute Abend. Ja, 21.45 Uhr gibt es noch mal die späte hessenschau. Ja, das ist schön. Morgen an dieser Stelle Daniel Johe. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Und jetzt wirft ein Blick auf das Wetter unser lieber Kollege Stefan Laps. Schauen wir mal, wie es wird, gell? Tschüss. Ciao. encaps mets amować. Hilfe. Wir are m tamamen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also beden wir gentlemen, wir sind in deruyu abs her. Untertitelung des ZDF, 2020